Hi, ich bin Vanessa und ich erzähle euch heute etwas über unser Place2Be. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, schaut unsere anderen Videos an und abonniert uns. Das Place2Be ist unser bankeigene Schulungszentrum für uns Azubis und uns Studenten. Dafür haben wir unsere eigenen Schulungsräume, in denen wir ungestört geschult werden und auch lernen können. Außerdem ist es voll cool, dass wir das iPad, welches wir geschenkt bekommen, im Place2Be für Aufschrieb und Übungen nutzen können. Das Place2Be besteht aus verschiedenen Modulen, die über die gesamte Ausbildungszeit verteilt sind. Jedes Modul hat ein anderes Thema, welches sich an deinen aktuellen Ausbildungsstand anpasst. Die Modulinhalte lernen wir Azubis in einer lockeren Atmosphäre miteinander. Außerdem lernen wir alles Mögliche, was wir für den Betrieb brauchen, zum Beispiel wie wir einen Kunden richtig beraten. Sobald wir dann das nächste Mal im Betrieb sind, können wir dies dann alles direkt anwenden und eventuell einen Kunden selbstständig beraten. Was auch super ist an Place2Be, dass wir hier die Möglichkeit haben, unsere Mit-Azubis immer wieder zu sehen. Wir können uns hier austauschen und auch miteinander Mittagessen. Außerdem werden wir in Place2Be vor jeder Prüfung vorbereitet, damit wir am Ende das beste Ergebnis haben. Hauptsächlich sind dies unsere Ausbilderinnen. Aber wenn wir mal ein spezielleres Thema haben, wie Wertpapier, Baufinanzierung oder Versicherungen, kommt auch ein Experte vorbei. Da wir in Place2Be immer eine kleine Gruppe sind, wird jeder Azubi individuell gefördert. Durch das Place2Be merke ich selber, dass ich in der Filiale viel aktiver mitarbeiten kann. Und selbst wenn ich doch mal eine Frage habe, gibt es immer eine Bezugsperson, die ich ansprechen kann. Ich hoffe, ich konnte dir das Place2Be etwas näher bringen. Falls du jetzt noch irgendwelche Fragen hast, schreib uns doch gerne auf Instagram. Den Namen findest du unten. буde faat